Ja Leute, was geht? Johnny mit Doppelhass mal wieder back am Start und heute zocken wir The Apart Prototype, ein neues Indie-Horror-Game und ich freue mich mega darauf. Nicht, weil ich es liebe, Horrorspiele zu spielen, sondern weil ich einfach der größte Schisser bin, den es gibt. Ja, und ihr begleitet mich heute auf dem Weg und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Okay, ich gehe direkt los, in einem dunklen Raum. So, ich erkenne es nicht, man wacht auf nach dem Kater, man findet sich in irgendeinem Raum ohne Fenster und alles einfach wieder. Wir haben keine Tasche, schade. Oh, die Lampe. Stärker als wir. So. Das ist dumm. Aber actually nicht klug. Hallo? Ja doch, das war klug. Ja, bin ich besser so. Ja. Das ist eine Pistole. Ja, dann wollen wir mal rein. Jesus Christi ebnet uns den Weg. Lass mich raten. Rot markiert die Stelle. Gehen. Um die Triebsitzung. Beatsatz mal wieder. Kunftstart. Ding. Aufschließen wollen. Habe ich jetzt hier geöffnet oder was? Beste Spielmechanik. Wow. Gott. Hier. Windelanfälle. Eieieiei. Sollen wir mal? Easy. Geil. Los. Los. Alles ist auch besser so, wenn die zu bleiben. Weiß ich nicht, ob ich so möchte, dass die offen sind. Find ich nicht gut. Habe ich eine Taschlampe? Ich gehe da einfach mal nicht rein und gehe einfach dem Licht entlang. Irgendwo Munition? Weißt du, wenn man hier in Resident Evil will, dass man einfach keine Munition findet. Mein Gott. Was er durchzwängen? Achso, dann. Kein Durchgang. Mensch. Auch verschlossen. Ja, irgendwie. Noch besser, wenn ich alles tue. Der Schrank des Grauens, Alter. Ja, was hat es jetzt hier wieder zu bedeuten? Hier, Jesus Christi? Mehr nicht? Oder was? Gehen wir mal weiter. Hier hinten doch. Hier muss doch dann irgendwas drin sein, oder? Hier ist ein Durchgang. Aber bin ich blind, oder was? Immer da, wo Licht ist, hingehen. Oh. Guck mal, meinst du? Also ich erschrecke mich meistens nicht von Jumpscaren, sondern vor lauten Geräuschen. Bist ein du für mich? Oh, meinst du? So. Sind wir hier? Interviewraum. Oh. Find ich's irgendwie nicht so cool. Die Musik weg. Johnny! Musik. Mach wieder Musik an. Oh. Einschließend ist das Spiel langweilig. Junge Dame, also ich würde sie ja bitten, ihr Gesangsorgan leiser zu stellen. Wenn ich bitten darf. Laufen wir hier natürlich hinterher. Saving? Und ich brech. Kann jetzt schon nicht mehr, Mann. Kann man sich... Oh. Irgendwie... ...ducken oder so. Weißt du kaum, dass ich mich einfach nur in die Ecke verkaufen kann. This way. Ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Actually, aber... Wir machen mal nicht das, was das Horrorschuhl für mich verlangt. Ich bin da hoch, wenn da jemand da ist. Ich bin zwar kein Polizist, aber... Ich weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Anscheinend. Habe ich's irgendwo gelernt. Ich darf sie mal bitten, hier. Nicht so rumspreien. Ist auch so ein Spiel, wo die auf allen zu rennen und nicht was machen muss. Mein Gott. Gebar bereinigt. Jesus Christi, hol dich zu sich. Gehe ich mal weiter. Habe ich hier rein, wenn ich das sind? Habe ich eigentlich auch unendlich Munition oder... Geistern irgendwann so... Nö, Bruder, du... Ich muss ins Boxkampf betreiben. Ich muss den einfach mal unter den Klitschko-Brüdern... Oh. Gott. Egal, Alter. Was bist denn du, Mann? Echt? Echt? Ich bin mal wieder zurück. Musstiger ist auch... Musstiger ist auch... Weiß ich jetzt nicht, ob ich da rein will, aber gut. Der hat jemand richtig dünn Schiss, Alter, der tut mir richtig leid. Der ist richtig am durchscheißen. Ich kann mich auch nicht erkundigen, wie lange dieses Spiel geht, ne? Also wir werden das durchspielen. Durch zusammenschneiden. Wenn's länger geht, dann tut's mir leid. Recht vorbereitet, ich weiß. Was bist denn du? Es tut mir leid, okay. Wie hat denn der mich getötet? Der war doch nicht mehr bei mir. Hä? Was hat er mit mir vor, Mann? Okay, jetzt nehme ich hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum bist du jetzt schon hier? Da hat er doch nicht gewartet, Mann. Wir treiben hier Dings. Runtrapping. Das sind ja nicht bei Black Ops 3, du. Hey! Das finde ich actually nicht cool. Du musst nicht lang! Nein! Ich glaube nicht. So, sie dürfen jetzt wieder hervortreten. Ein bisschen. Der mit dem Namen Problem. Warum? Warum? Warum zwei? Was soll ich machen? Einmal wegrennen. Ich bin nur zu zweit, Alter. Ungefähr. Dein Witch mag ich nicht. Ich bin eher so der Baguette-Typ. War lange? Hör der Baguette-Typ Statt nach! Ich kann die doch nicht beide bekämpfen? Was sind das für Geräusche, Mann? Werden Seepferdchen oder was? Für mich doch. Wollen wir mal rein. Jetzt muss ich ganz genau zielen, Digga. Bist du Jason Torgis Verarmer oder was? Was? Nicht mal wegrennen. Sagt euch ganz ehrlich, wenn ich da im Endeffekt nicht rennen muss. Ich hab's Not gemacht. Ich hab's Not gemacht. Ich hab's Not gemacht. Gott. Ach, jetzt kommt ein Schiff vorbei und sterbe ich wahrscheinlich hier um die Ecke. Nebenbleiben! Was bist denn du, Alter? Komm zu Frankfurt. Das war das Spiel, Digga. Ja, geil. Egal, ich hab mich... Geiles Ende. Ist das wirklich das Ende, oder willst du mich jetzt verarschen? Du bist das Ende? Ja. An sich ein geiles Spiel, also es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Gerade, dass es so kurz ist. Ich hoffe... Es bringt längeres Game so raus. Weil an sich war das eigentlich geil, auch von der Grafik her... Und... Wann ich mich nicht beklagen, also... Das ist schon egal. Jo Leute, was geht? Das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch natürlich gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. schau mal rein. teeny floh Vielen Dank.